So, das ist jetzt eine 300 kW Säule, die hat natürlich richtig Bumme und das Schöne ist an meinem Sache hier, ich brauche nur noch den Ding hier rein, den Rüppel hier reinstecken und dann geht das alles von alleine, mehr nicht, dann zack, seht ihr das schon, natürlich Licht, jetzt fängt gleich die Ladestation hier an, die müssen wir natürlich erstmal aufbauen, äh, abzuhört, jetzt fängt er los an zu blinken, mehr ist es nicht, ja, dann kriege ich hier auf meinem Handy angezeigt, dass der, oh, ding, äh, das ist die, die Ladensäule anfängt zu starten, anfängt zu laden, guck mal, einfacher geht es dazu, dann könnt ihr das sehen, hier, bei hier im Auto, ach, ich mach da mal, Augenblick mal kurz die Bahn drauf, zeige ich euch das mal, die Speck ist natürlich, aber Augenblick, ich muss mich mal drehen, seht ihr das, cool, ne, und dann könnte ich jetzt eigentlich einen Kaffee trinken gehen, hier mein Neckarmann, Schatz, was ist mein Schatz, 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 ich bin stolz drauf, dass ich den habe, richtig stolz drauf, Neckarmann.